Werner Kamenig war ein deutscher Schauspieler. Er war der Bruder des Schauspielers Herbert Steinmetz und in der DDR in Film, Fernsehen, Funk und in der Synchronisation tätig. Leben Nach einer Buchhändlerlehre an einer Handelsschule nahm Werner Kamenig privaten Schauspielunterricht. 1928 begann er seine Karriere als Ansager und Komiker in verschiedenen Revüen und Kabaretts. Zwischen den Jahren 1934 und 1941 arbeitete er an verschiedenen Bühnen der damaligen Tschechoslowakei, danach in Meißen und Posen. Nach 1945 wirkte er unter anderem an Theatern in Bautzen, Freiberg, Görlitz, Annaberg und Dresden. Ende der 1950er Jahre kam er zum staatlichen Rundfunkkomitee der DDR, um danach das Deutsche Ensemble des tschechischen staatlichen Theaters in Prag zu leiten. Im Jahr 1961 war er für kurze Zeit Intendant in Rudolstadt und arbeitete danach freischaffend. Werner Kamenig wirkte in mehr als 25 Kinoproduktionen, darunter 1965 im Liebknecht-Film So lange Leben in mir ist, und weit mehr als 100 Fernsehauftritten mit. Besonders bekannt wurde er durch die Fernsehreihe Polizeiruf 110, in der er in Rollen älterer Herren zu sehen war. Filmografie 1964 Das Lied vom Trompeter 1965 So lange Leben in mir ist 1965 König Drosselbad 1965 Ohne Pass in Fremden Betten 1966 Alfons Zitterbacke 1968 Wir lassen uns scheiden 1968 Abschied 1971 K.L.K. an P.T.X. die Rote Kapelle 1972 Polizeiruf 110 Minuten zu spät 1973 Stülpner Legende 1973 Polizeiruf 110 Gesichter im Zwielicht 1973 Polizeiruf 110 Vorbestraft 1974 1974 Polizeiruf 110 Konzert für einen Außenseiter 1974 2011 Polizeiruf 110 Im Alter von 1977 Polizeiruf 110 Die Abrechnung 1978 Polizeiruf 110 Holzwege 1979 Einfach Blumen aufs Dach 1979 Herbstzeit 1980 Unser Mann ist König 1981 Polizeiruf 110 Der Teufel hat den Schnaps gemacht 1981 Polizeiruf 110 Auftrag per Post 1981 Polizeiruf 110 Der Schweigsame 1983 Polizeiruf 110 Es ist nicht immer Sonnenschein 1984 Polizeiruf 110 Inklusive Risiko 1985 Polizeiruf 110 Verlockung 1985 Polizeiruf 110 Der Zersprungene Spiegel 1987 Maxe Baumann aus Berlin 1988 Polizeiruf 110 Der Mann im Baum 1988 Polizeiruf 110 Polizeiruf 110 Der Kreuzwort-Rätselfall 1990 Polizeiruf 110 Das Duell Hörspiele 1967 Leonid Leonow Professor Skutarewski Regie Helmut Helsthoff 1967 Hans-Georg Herde Kuddelmodel in Pilzhausen Regie Detlef Kurzweck 1968 1968 Hans Pfeiffer Dort unten in Alabama Regie Wolfgang Brunnecker 1969 Die Mitter Gulew Unterwegs zum anderen Ufer Regie Helmut Helsthoff 1969 Armin Müller Gesichter Regie Wolfgang Brunnecker 1969 Hans Siebe Der Mitternachtslift Regie Fritz Göhler 1969 Friedrich Schiller Die Verschwörung des Fiesco zu Genua Regie Peter Gröger 1969 Karl Heinrich Bonn Maria Bonn Die Reise nach K Regie Wolfgang Brunnecker 1970 Dieter Müller Die Richter des Friedrich-Ludwig-Jahn Regie Theodor Popp 1970 Boris Dussier Und auch der Dritte ist nicht überflüssig Regie Peter Gröger 1970 Genghis Eidmatov Die Straße des Seemanns Regie Werner Grunow 1970 Klaus G. Zabel Napoleon und die Zöllner Regie Peter Gröger 1970 Armin Lanou Der Hüter der Binnen Regie Fritz Göhler 1972 Guy Foycy Am Anfang der Reise Regie Peter Gröger 1973 Alfred Matusche Van Gogh Regie Peter Gröger 1973 Henrik Badejewski Portrait eines älteren Herren mit Buch Regie Edward Placzek 1974 Hans-Jürgen Bloch 100 Mark für eine Unterschrift Regie Joachim Staritz 1974 Lea Pirskawetz Vox Humana Regie Fritz Göhler 1974 Aleksander Wolko Der Zauberer der Smaragdenstadt Regie Marita Hübner 1975 Prosper Meraime Dijakri Regie Albrecht Surkau 1975 Branko Riba Bum Bum Peng und Aus Regie Peter Gröger 1975 1975 Linda Tessmer Der Fall Tina Bergemann Regie Hannelore Solter 1976 Adolf Glasbrenner Antigan in Berlin Regie Werner Grunow Rundfunk der DDR 1976 Robert Zollat Marlon Baöse oder die übertriebene Höflichkeit Regie Peter Gröger 1976 Hans Schirecki Hinterwittenberge Regie Barbara Plensat 1976 Rudolf Batsch Der geschenkte Mörder Regie Fritz Ernst Fechner 1977 Carlos Coutinho Die letzte Woche vor dem Fest Regie Helmut Helsthoff 1978 Karel Czapek Taschenspiele Regie Joachim Staritz 1980 Lia Berskabetz Stille Post Regie Horst Liebach 1980 Fritz Rudolf Fries Der fliegende Mann Regie Horst Liebach 1983 Hans Christian Andersen Die Schneekönigin Regie Uwe Hake 1983 Heinz Treffenjock Unterm Birnbaum Regie Wolfgang Schonendorf 1984 Ran Bosseleck Maria Georgiwa Goldschau habe nichts Regie Helmut Helsthoff 1985 1985 Hans Siebe Feuersteine Regie Werner Grunow 1986 Ulrich Waldner Eine Wohnung unter der Hand Regie Detlef Kurzweck 1986 Klaus Roleda Tautropfen und Kaninchen Regie Flora Hoffmann 1986 Ilya Popovsky Wie Jovan ein Held wurde Regie Ingeborg Medzinski Regie 41 41 42 42 42